Wir zeigen kreative Klimaretter. Heute, wie wir unsere Städte kühlen können. Luftverschmutzung ist ein globales Problem und betrifft uns alle. Vor allem in Großstädten sind wir oft Feinstaubwerten ausgesetzt, die stark gesundheitsgefährdend sind. Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität sind oft aufwendig und langwierig. Ein Unternehmen aus Brandenburg hat vielleicht die Lösung. Das junge Experten-Team hatte die Idee, Natur mit modernster Technologie zu kombinieren, um so die Luftqualität gezielt zu verbessern. Das Kernprodukt sind Moosfilter. Moose sind die ältesten Landpflanzen des Planeten und echte Allrounder für Luftreinhaltung und Gesundheit. Sie binden Feinstaub. Manche sind antiseptisch und antiviral. Das Unternehmen hat nahe Berlin eigens dafür entwickelte vertikale Moosfarmen, in denen die Moose gezüchtet werden. Eingesetzt werden die fertigen Moosfilter dann zum Beispiel im Citytree, ein drei Meter hoher Turm aus Holz. Durch ein automatisiertes Bewässerungs- und Ventilationssystem kann der Citytree die umliegende Luft säubern und kühlen. Aufgestellt wird er an vielbefahrenen Straßen, auf Marktplätzen, Schulhöfen, aber auch in Industriehallen. In über 80 verschiedenen Projekten in ganz Europa kühlen und reinigen die Biofilter von Green City Solution bereits heute die Luft und entlasten Mensch und Natur an Ort und Stelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017